Drama am Flughafen Horrorausflug Booty Shake Tami, bist du Mango-Profi? Schwierigkeiten, den Koffer zu rollen Meine Stimme ist einfach so schlimm Ich hoffe, ich kann morgen noch reden Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video und auch zum allerersten Travel Vlog Ich trete morgen meine längste Reise an, die ich je in meinem Leben gemacht habe Oh mein Gott, ich werde die Tiere einfach so vermissen Ich vermisse sie jetzt schon Ich bin jetzt eigentlich schon traurig, aber ich freue mich zugleich auch Und ja, ich bin einfach so gespannt, wie es wird Eine richtig coole Sache ist Eine meiner Lieblingspersonen ist einfach dabei Und zwar die beste Filmerin Die Tami Hallo Sie kommt schon mit meinem Koffer Wir nehmen euch jetzt erstmal zum Packen mit Zu den Vorbereitungen Richtig Und dann kommt auch noch eine dritte Person mit Aber die verraten wir noch nicht Genau, die sehen wir erst am Flughafen Viele von euch werden sie wahrscheinlich kennen Und jetzt packen wir mal, denn morgen geht es auch schon los Ich packe meinen Koffer und nehme mit Kater Carlo Mein erstes Equipment Kater Carlo Er wird mich natürlich begleiten Er fühlt sich schon wohl Im Kissen nehmen wir auch noch mit Dann kann er sich schön reinschnuckeln hier Eine Katze im Koffer ist sicher kein Problem Oder hier so So Okay Wundervoll Vielleicht auch Dann habe ich ein bisschen weniger heimlichen Spaß Natürlich Natürlich bleibt Kater Carlo daheim Aber ich werde sie so sehr vermissen Meine liebsten Tierchen Tschüss Tschüss Ich fände heute Nacht nochmal ganz wie Knudeln So jetzt schauen wir mal was ich alles mitnehme Kater Carlo muss da bleiben Auch wenn er sich jetzt freiwillig hier rein platziert hat Und jetzt schauen wir mal was alles auf meiner Packliste steht Die liebe Tami hat eine richtig coole Packliste nämlich geschrieben Ein Glück Der Carlo will glaube ich wirklich unbedingt mit Ich weiß nicht wie viel Paar Socken ich mitnehmen soll Ich würde sagen zwei Paar reichen Zwei Paar? Die zwei? Perfekt Super Ich habe jetzt doch mal sieben Paar Socken und 14 Paar Unterwäsche Also sieben Paar Socken ist viel zu viel Ja wir laufen nur mit offenen Schuhen rum Also drei Paar Socken und 14 Paar Unterhosen finde ich gut Also jetzt habe ich ihr schon so eine wunderbare Packliste gemacht Und trotzdem hat sie hier voll das Chaos Schau dir das war alles schön zu her Wahnsinn Ja und im Koffer ist nicht wirklich viel drin Also Julia Ich bin so unentschlossen was ich alles nicht mitnehmen soll Ich würde gerne meinen Kleiderschrank mitnehmen So also der Koffer füllt sich hier ganz langsam aber sicher Ich habe jetzt noch drei Jacken Du brauchst doch keine Jacken Es hat 30 Grad girl Mir friert es mir friert es Wie viele Pullis will sie mitnehmen Julia so Ja weißt du eigentlich Also ich will jetzt nicht sagen Sie hat ungefähr fünf Pullover dabei Wenn wir uns jetzt einfach mal das Wetter anschauen So im Durchschnitt 35, 36, 37 Grad Ja ich denke du brauchst nur fünf Pullis Mein Koffer ist fertig Er ist randvoll Ich muss jetzt mal wiegen ob ich das Gewicht einhalte Aber ich glaube ich habe echt gut gepackt Ich glaube dass du viel zu viel dabei hast Ich glaube nicht Ich glaube schon Ich glaube ich brauche es Ich sage jetzt auch gleich nochmal allen Pferdchen Tschüss Es fällt mir einfach so schwer der Abschied Fohlen kommen auf jeden Fall noch keine während ich weg bin Das habe ich jetzt extra vom Zeitpunkt so gelegt Dass es einfach noch ganz gut passt Wir kriegen ja dieses Jahr sieben Fohlen Da bin ich schon sehr gespannt Hier stehen sie schon alle unsere werdenden Mamis Ja ich bin echt so excited auf die Babys Auch Pandora kriegt den Fohlen Am meisten vermissen werde ich auf jeden Fall im Stall Oma Lafi und meine kleine Vanilli Von denen muss ich mich jetzt noch ganz besonders verabschieden Vanilli du wirst mir sehr 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 fehlen Zeug sie nein Sie will nicht, dass ich fahre Und natürlich auch ganz große Vermissung gilt den Babys Ich bin gespannt wie groß sie schon wieder geworden sind Bis ich zurückkomme Das ist auch immer mit den Kleinen hier Echt aufregend wie sie sich entwickeln Das geht einfach so schnell wenn sie jung sind Und auch zu den ganzen kleinen Tieren muss ich ganz kurz noch Tschüss sagen Wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen Tammy ist dabei Und der Papa ist der Professional Driver Papa das machst du super Du fährst uns sicher zum Flughafen Ein Glück wenn man so einen Vater hat Und die Aufregung ist groß Und gleich werden wir die dritte Person treffen So ihr habt es schon gesehen Unser Überraschungsgast ist die liebe Lea Über was für Überraschung? Für meine Zuschauer im Video Und ja wir machen uns zu dritt auf die Erkundungsreise vom thailändischen Land Ich bin gespannt Ich auch Ich auch wir freuen uns Es geht gut los Und jetzt brauche ich unbedingt Trüffelnüsse Die gibt es nämlich nur hier am Flughafen Ich habe sie gefunden Meine Trüffelnüsse Wie gesagt die gibt es nur hier Und jetzt bin ich einfach nur glücklich und zufrieden Wir sitzen im Flieger Ich habe mein Nackenhörnchen Ich habe mir noch ganz Last Minute eins besorgt Und gleich geht es los Wir sind schon so aufgeregt Jaaaa Mit dem Nackenhörnchen ist mir hier voll fixiert Es gab gerade schon Essen Wir fliegen noch keine halbe Stunde Aber wir haben uns hier so Rohkost bestellt Also es ist vegetarisch Das sind Launddorf Früchte, Obst, Gemüse Also richtig lecker Und ich würde sagen Das essen wir jetzt mal Und dann schaue ich meinen Film weiter Lea schmeckt es? Was ist das? Ich glaube die war gebohren Das ist ganz hart Wie kann man jetzt essen? Das ist Zagonell Julia Wie geht es dir? Schlecht Schlecht geht es dir? Ich bin schon zu übernehmen Soll ich jetzt Aieieiei Auf und runter Jetzt ist es Ich habe ja die Essen auch Ja aber es schmeckt gell? Voll So wir sind jetzt hier Julia live aus dem Flugzeug angekommen Ein bisschen Käseweiß bist Wie kann es das sein? Geht es dir nicht so gut? So schlecht So schlecht Die Tüte ist bereit Wir lachen mich aus Nein Wir haben dich lieb Gleich hast du es geschafft Aus dem Cockpit von Tamar Tamales Wir sind im Taxi angekommen Wir fahren jetzt Richtung Hotel Die Einreise war ein bisschen anstrengend Wir sind glaube ich Über die Stunde In dieser Schlange gestoppt Ne? Und unsere Konferenz ist einfach offen Weil die Kunde nicht einpassen Es ist einfach zu wild Ich sag's euch wie es ist Das gute hier ist man fährt geradeaus Das ist echt mein Glück So meine lieben Zuschauer Wir sind im Hotel angekommen Mit einigen Komplikationen Richtig? Julia erzähl Wir haben schon hier in den Flur gespielt Julia hat fast schon hier so hingespielt Aber wir sind voraus gerannt Zur Rezeption Als wir zur Rezeption hinterher mit der Tüte Dann ist sie ins Klo mit mir Eine Anreise unter erschwerten Bedingungen Nicht schön Aber jetzt sind wir endlich da So Lea zieht sie aus Julia Lea entkleidet sich Ich sitze hier mit meinem Tee Und muss mich erstmal akklimatisieren Aber der Zustand bessert sich langsam Wunderbar Wir warten jetzt Bis unser Zimmer fertig ist So wir warten jetzt schon seit 4 Stunden Hier in dem Hotel auf unser Zimmer Lea 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 Ich hab schon wieder husten Weil es so kalt ist Oh ich sehe so unterirdisch aus Jetzt hoffen wir dass es bald soweit ist Und wir ins Zimmer können Aber die meinten gerade Es dauert noch eineinhalb Stunden Deshalb sitzen wir hier In der richtig richtig kalten Lobby Deshalb hab ich auch einen Pulli an Wir sind in Bangkok Schauen wir mal auf Was tut noch nicht hier Alles Die ganzen Obstsachen Es ist verrückt Oh mein Gott Es ist hier einfach so schlimm Es ist eh noch ein bisschen schlecht Aber man kann hier wirklich alles Auch auf der Straße direkt kaufen Es ist einfach total verrecktes Biss Und laut Wenn ich da angeschlagen bin Traust dich lieber nicht Verrückte Welt hier auf jeden Fall Und die ganzen Stromkabel Schau dir das mal an Wir haben sogar den Markt gefunden Und hier gibt es einfach Coca-Cola Schau dir das ist amtlich schön Richtig schön Wow Alles zu essen Oh Gott die Süßigkeiten Schau mal hier Oh Gott ich finde es absolut Und hier gibt es das Essen Das ist einfach so krass Ob es halt auch alles gut ist Ich weiß es nicht Ich werde die ausprobieren Und dann sehen wir es schon Oh ja Lass uns überraschen So wir haben jetzt Hunger Wir haben uns ehrlich gesagt gegen diese ganzen Straßenstände entschieden Und sind jetzt hier in einem Restaurant Das ist auch einfach so günstig alles Das sieht hier echt Richtig süß Das schaut richtig gut aus ehrlich gesagt Und dem Ganzen vertraue ich jetzt hier Das Essen sieht so gut aus Lea hat schon probiert Eigentlich wollten wir erst filmen Kein Problem Schaut es gut? Gut Wir haben jetzt einmal Tofu Einmal Mango Sticky Rice Und einmal hier Gemüse Und das teilen wir alle ein bisschen Ich wollte eigentlich einen Eistee Und habe aber einen heißen Tee bekommen Aber kein Problem Das testen wir mal Test jetzt mal Was sagt sie Test Test Oh ist gut Lea Und wie war das Essen? Note 1 Sandwich Sehr lecker Und die Leute sind alle so nett bis jetzt Also wir hatten noch keine blöde Erfahrung Alles so lieb Ganz was anderes irgendwie Ja richtig herzlich einfach Bier oder? Tee ist gut Wir haben unsere Zimmerkarten bekommen Es schaut echt mega ausschaltend aus Ich brauche auch das Zimmer Ich brauche ein Fenster Spannung steigt Und Hier Wie sie sehen Wow Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Paulin Ja so eine Küche Ja Wahnsinn Oh sie freuen sich, dass ich hier bin Es ist einfach so süß Haben wir einfach einen ganzen Obstkommen bekommen So nach einem anstrengenden Tag Erst einmal am Pool genießen Während Lea hier der absolute Obsttyp ist Habe ich was ganz ganz Tolles entdeckt Und zwar noch einen Schoki Teller Oh mein Gott Ich bin absolut Team Schoki Kommentiert doch mal Ja so Team Obst Ob ihr Team Obst oder Team Schokri seid So wir waren jetzt gerade beim Geldwechsel im Supermarkt Und es ist so krass 1 Euro sind einfach 39 Watt Ich bin mir richtig reich mit so viel Geld Wahnsinn So schaut das Geld übrigens aus Also auch echt sehr spannend Jetzt gehts auf den Streetfood Market Und hier gibt es alles auf der Straße das ganze Essen Die Hühnchen Alles mögliche Und ja es schaut echt wild aus Wahnsinn, dass es hier alles gibt Wir haben uns jetzt entschieden am Streetfood Market hier eher nicht zu essen Weil ja Wir haben so ein bisschen safety first Wir wohnen ja hier in Nikla am ersten Tag Ich habe ein bisschen Angst um meine Magen-Darm-Gesundheit Deshalb suchen wir jetzt ein Restaurant Wir haben jetzt was gefunden Wir sind im Salat Und es ist einfach so wunderschön hier Jetzt sehen wir euch mal mitmachen Es ist so traumhaft Es hat die Tami gut ausgewählt Oh mein Gott Schaut euch mal diese Aussicht hier an Es ist einfach so schön Und schaut euch mal das Menü an Einfach ein Traum Lea Lachen Einfach heute noch auf die Hooftop Bar gefahren Und schaut euch das mal an Es ist einfach der 64. Stock Ich habe schon ein bisschen Höhenangst muss ich sagen Aber es ist unglaublich Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonne Scheine Guten Morgen aus Bangkok Hallo Gut schaut ihr aus Jetzt schauen wir mal hier raus Es ist schon traumhaftes Wetter Und richtig richtig warm einfach nur Schaut euch einfach mal diese Aussicht aus unserem Hotel an Das ist einfach wirklich grandios grandios Wir werden jetzt erstmal zum Frühstücken gehen Und dann geht es auch schon in die Stadt Denn heute gehen wir nach Chinatown Und ich bin schon richtig gespannt Wir sind beim Frühstück Und jetzt holen wir uns erstmal kurz den Saft Alles klar Ich habe gerne Orangensaft rein Und vielleicht will ich mir dann hier noch den Karottensaft Kannst du das tun? Ich bekomme das Wasser mit rein Ich möchte mal probieren Es gibt einfach Pasta zum Frühstück Ich liebe Auberginen Es ist verrückt Es ist verrückt Ich bin 100% Fraktion Süß Deshalb ist meine Auswahl auch sehr, sehr süß ausgefallen Das Frühstück war so geil Und jetzt geht es weiter auf Abend Das Frühstück war geil Oh mein Gott Oh mein Gott Warte ich kalt euch Ich kalt euch Ich kalt euch Oh mein Gott Irgendwie habe ich hier kein so gutes Gefühl Es ist ganz schön schön Es ist so schlecht Ich dachte es hat Tuktuk fahren nicht so schnell Richtig gut Ich bin jetzt durch den Winde verwegt Ich habe Angstschweiß des Todes Aber ihr ist nicht schlecht Aber ihr ist nicht schlecht Es ist schon mal gut Wir waren jetzt im Shoppingcenter Und das war einfach so cool Meine beste Errungenschaft ist dieses Schokoküchlein Und jetzt waren wir noch kurz in der Stadt Und haben uns den ganzen Obstteller hier noch gekauft Das werden wir jetzt einmal noch real Snacken Es ist nämlich so süßes Obst Es ist unglaublich gut Mein Lieblingsobst Hier sind einfach die hier So das ist eine Mangosteen Die drückt man hier einfach Ich kannte die davor noch nie Die Lea hat mir die gezeigt So und dann ist hier diese Füllung Dann isst man hier diese weiße Füllung Mh Ich bin die Worte Es ist unglaublich gut Tami bist du Mango Profi? Nein Ich nicht Also ich würde sagen Du machst das mit viel Liebe Aber man sieht die Liebe halt nicht so ganz Wir sind jetzt hier gerade noch in Bangkok Das ist wirklich eine krasse Erfahrung Ich kann es jedem nur mal empfehlen hierher zu kommen Es ist wirklich echt Eindrücke ohne Ende Es schaut aus wie im Film Es ist echt krass Was ich aber sagen Ich freue mich sehr Dass es morgen jetzt schon auf Kupacan geht Und bin gespannt Was uns da so erwartet Und was dort die Zeit bringt Wir sind jetzt zum zweiten Mal im Tuk Tuk Für heute Influenza sind Wörter Übrigens hier Macht schöne Storys Und wir gehen jetzt was Abend essen Und heute geht es nach Chinatown Und jetzt haben wir wirklich einen humaneren Tuk Tuk Fahrer Der fährt vorsichtig Ja da ist mir doch gleich viel wohler Wir sind jetzt gut in Chinatown angekommen Und es ist einfach komplett verrückt Hier ist alles so glamourös Und so schön Und so cool dekoriert Also echt einfach bombastisch Ich sag's euch wie es ist Für mich ist Chinatown bisher der absolute Horror aus Flug Es steht einfach alles Wir stehen hier in Schlangen Es ist wirklich der Wahnsinn Wir wollten eigentlich nur irgendwo was essen Der ist so heiß Und das gefühlt kollabiert hier Also es ist echt einfach Der gezeugt Menschenmassen zu stecken Und das geht hier schon seit Ewigkeiten Wir suchen unser Abendessen aus Wir haben jetzt ein Restaurant gefunden Außerhalb von Chinatown Weil das war uns zu viel Und die Karte schaut mal wie cool Es ist noch alles sehr sehr fleischlastig Und Leo und ich sind ja vegetarisch Wir müssen ja etwas suchen Schwierig Aber ich hab schon was gefunden Also jetzt müssen wir uns doch noch entscheiden Es gibt Desserts Also die Haustenspeise war richtig gut Und jetzt steifen wir weiter Wir haben einmal so ein Cookie Und... Mango Sticky Ich will schon wieder zum Stern Sticky Reis Mango Sticky Reis Sticky Reis Sticky Reis Schaut geil aus Das heißt wir haben so wenige Kokosküse Oder auch Das sehe ich doch schon von Und man muss einfach sagen Das ist unser neues Lieblings-Ellamt-Tisch-Essen Und ich bin einfach Team Chokri Chokri Schaut aus es dort schmecken Wir sind jetzt wieder im Hotel Im Aufzug Wir hoffen das Essen war uns bekömmlich Es hat auf jeden Fall sehr gut gemundert Bouticheck Und jetzt wünschen wir euch eine gute Nacht Morgen geht es schon wieder weiter nach Kropangan Und ich bin richtig gespannt Und jetzt kommt man auf die Insel Zeit Bis morgen Tschüss Jetzt steht erstmal wieder Kacken auf dem Plan Denn heute ziehen wir schon wieder um Und es geht nach Kropangan Ich freue mich riesig Unser Flug geht jetzt von Bangkok nach Koh Samui Und von Koh Samui nehmen wir dann die Fähre nach Koh Phangan Und ich bin richtig gespannt wie es auf der Insel wird Wir haben jetzt schon gut gefrühstückt Und gleich geht es weiter Schwierigkeiten den Koffer zu rollen Ja Die Lea macht es richtig Das ist ein Struggle beim Reisen Friends Friends Wir verwecken in dem Auto Das ist so wahr Mir ist schlecht Das Glück haben wir auch Wir haben gerade die Fähre gebucht Es ist Chaos da irgendwas zu buchen mit 5 Häfen Und Also wir fahren jetzt vom Hotel in Bangkok nah an den Flughafen in Bangkok Wir müssen von dem Flughafen in Bangkok nach Koh Samui fliegen eine Stunde Von Koh Samui müssen wir dann mit dem Boot mit der Speedboat Fähre nach Koh Phangan Aber unser Hotel in Koh Phangan kann uns keinen Shuttle buchen Und uns das organisieren sondern wir müssen es selber machen Und es gibt 5 verschiedene Häfen überall Und dann der fährt nur so der fährt so Dann brauchst du von da vom Flughafen an den Hafen so und so lange Und ich schwitze Die Tami auch Juli sitzt aber Gott sei Dank vorne Also mir ist es auch schreckt Obwohl ich glaub ich es dir nie geschafft habe Aber es ist belastend Es ist belastend Na ja drückt uns die Daumen Dass wir einfach gut okay machen Dass wir ankommen Drama am Flughafen Leas Koffer ist einfach zu schwer Oh mein Gott jetzt müssen wir irgendwas auspackeln Weil 2 Kilo sind einfach zu viel Mensch Lea hat zu viel gegessen Das stimmt wirklich Der Struggle ist real Kannst mal kurz den Vlog drehen Also doch Die Lea hat es geschafft Und hat jetzt eine riesen Dash dabei Es ist so schwer Meine Schulter hängen schon am Boden Oh Wir sind an unserem Gate Alles hat gut geklappt Allerdings Oh sie sticht nicht Ich fühl mich Wir sind 2 Stunden zu früh Weil Hypochonder Tami Gut planen wollte Nein Lieber zu früh als zu spät Wir wissen nicht wie der Verkehr wird Und lieber sinds mal da und warten Bevor wir dann die Füße passen Lea brauchst du Strom Bist du angeschlossen am Strom Dass du dich ausgehst Wir sind gut gelandet auf Koh Samui Und jetzt sind wir schon sehr gespannt was so passieren wird Wie die Zeit ablaufen wird Und jetzt gehts erstmal zu unserem ersten Shuttle Und dann müssen wir irgendwie nach Koh Phangan kommen Und da bleiben wir ja jetzt erstmal Also wir sind gespannt wie das funktioniert Gut angekommen Wir sind jetzt in Koh Samui Wir sind jetzt in Koh Samui Und jetzt gehts irgendwie weiter nach Koh Phangan Wir müssen irgendwie auch so faire erfischen Ich bin gespannt Wir sind jetzt gut von Taxi angekommen am Hafen Und jetzt müssen wir nur unser Speedboat finden Wenn die Stimme lässt ein bisschen nach Das macht mir ein bisschen Sorgen Für das ganze Klima und so Aber jetzt schauen wir mal Dass wir nach Koh Phangan kommen Ein Zwischensnack Während wir auf unser Speedboat warten Es gibt eine frische Mango Die Lea hatte noch eine Mango dabei Ich bin ja eher Team Schoko Aber die Mango ist richtig gut Wir machen einfach einen kurzen Re-Life-Check Wir sind back von der Beach-Party Und meine Stimme ist einfach so schlimm Ich hoffe ich kann morgen noch reden Ich habe einfach zu viel mitgesungen Ich glaube ich habe diese ganzen Klimaanlagen Ganz schlimm Schaut mal übrigens mal Back von der Full Moon Party Das ist das T-Shirt Jetzt sind wir echt am Ende Es ist jetzt 3 Uhr nachts Also es wird ganz dringend Zeit zum Schlafen Gute Nacht ihr Lieben Und morgen gibt es eine Roomtour Morgen gibt es eine kleine Roomtour Es ist so traumhaft hier Tschüss Der neue Tag startet erstmal mit einem Ausflug Ich bin ein bisschen angeschlagen Aber kein Problem Wir sind jetzt hier beim Viewpoint Wir wurden jetzt hier beim Taxi hingebracht Das war ein echt krasses Straßen Und von hier aus gehen wir jetzt zu diesem Aussichtspunkt Ich glaube das wird echt abenteuerlich Und ich bin richtig gespannt was dieser Tag bringt Die Lea schaut auch schon sehr gut aus Ich habe keine Cap dabei Deswegen brauche ich mein Nachthemd Deshalb hat sich jetzt was gemacht Ich glaube das wird jetzt ein Adventure Was macht das mit dir Lea? Oh 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 Ich bin richtig anlüften Weil es läuft und so Der Wind macht das Bessere Der Wind macht das Bessere Meine Hintermänner tun mir leid Aber es ist auch nicht so schlimm Nicht an den Bäumen wackeln Kannst zockt Das was oben fällt Ich wollte gerade sagen Wenn mir eine Schlange drauf fällt Julia Nicht dran wackeln Geht schon Wie lustig war es wenn es dir jetzt auf den Kopf fascht Erste Etappe ist geschafft Ist dann Quid Als mir was vom Stock hat Schaut mal wie schön es einfach schon ausschaut Das ist echt ein Traum Es wird herausfordernd Ich hab Angst Lea bitte fall nicht Wenn mich eine Schlange weiß und ich werde mich gerettet Dann wei ich Das schaffst du Lea Das ist eigentlich der Wunsi a la Conner Oh mein Gott ich bin richtig verstört Wie steil ist das Ich bin ja kein Klettersbursche Oh mein Gott ist das hier schön Schaut euch mal die Aussicht an Wir sind jetzt hier angekommen beim Beach Point View Oh mein Gott Bottle Beach View Point Ich kann es einfach nicht Wir sind jetzt einfach nur drauf Wir haben so schöne Fotos gemacht Und wir sind alle über über glücklich Was du schwingst wir ab Wir tatsachen Alle Liliane Alle Liliane Alle Liliane Alle Liliane Super macht ihr das So Girls runter mit euch Aber jedes Paradies hat natürlich auch so seine Schattenseiten Und so sieht man hinter der traumhaften Kulisse Auch den ganzen Müll Also es ist wirklich auch erschreckend Wie es hier so hinter den Kulissen ausschaut Und ich verstehe es nicht warum die Touristen es nicht schaffen Und wir hoffen einfach ihren Müll auch wieder mit runter zu nehmen Jetzt steht Abenteuer auf dem Plan Wir werden abgeholt und fahren vom Viewpoint zurück zum Hotel Mit dem Pickup Wir wollen einfach hinten auf dem Pickup drauf Das ist einfach so lustig schon wieder Oh mein Gott ich bin noch nie hier hinten auf dem Auto mitgefahren Das ist so geil Das ist einfach komplett verrückt In Deutschland wird es das nicht geben hier Hier ist alles glücklich Es ist so wild Nach unserem Ausflug jetzt wie versprochen die Roomtour Und jetzt kommt man mit Das ist unser Apartment Und es ist einfach so wunderschön Und jetzt schaue ich euch das Ganze mal an Hier geht jetzt erstmal rein Es ist schon einfach nur traumhaft Wir haben hier absolut ein leeres Glück Und mein Highlight ist einfach einen Baum auf unserer Terrasse Hier zwei Liege Eine Badewanne Und einen eigenen Pool Und schaut euch einfach mal diesen Ausblick an Das ist einfach wirklich komplett verrückt So wunderschön Und unser absolutes Highlight natürlich Das ist auch so schön Wir können hier komplett rausschauen Wir haben hier ein großes Doppelbett Da noch ein zusätzliches Bett Und ja hier ist natürlich jetzt unser ganzes Chaos schon ausgebrochen Das zeigen wir euch jetzt mal nicht so genau Und da ist das Bad Also wirklich wunderschön Also ihr seht es Unser Zimmer ist einfach nur traumhaft Und mein favorite place to be ist einfach der Pool Und ja ihr Lieben Ich hoffe das heutige Youtube Video hat euch gefallen Und bis zum nächsten Mal Macht's es gut Und ich würde sagen Tschüss ihr Lieben Tschüss ihr Lieben Tschüss ihr Lieben Also wenn man solche Freunde hat Die andere zocken und voller Montur in den Pool schmeißen Braucht man auch keine Falle mehr Ein bisschen Spaß muss sein Ja Ah Aaah Bis zum nächsten Mal.